Jo, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von COD Black Ops 3. Wir zockern wieder, wie in der letzten Folge schon angekündigt, höchstwahrscheinlich wieder Combine. Ja, und was ist wieder hier? Combine natürlich. Wir zocken Herrschaft, die Modi Herrschaft. Und diesmal habe ich mir überlegt, nehme ich vielleicht mal die Vespa. Denn die Vespa ist ja eine Schnellfeuerwaffe, also die mit der höchsten Feuerrate. Was doch sehr interessant sein kann. Hat natürlich auch eine bessere Präzision als die VMP. Allerdings ist die VMP meiner Meinung nach hier eine der besten Waffen auf der Map. Könnte die Vespa aber auch geil sein, weil die Vespa ja auch ziemlich schnell schießt. Das testen wir einfach mal das Ganze. Und ich hoffe, dass wir hier auch ein paar gute Punkte holen können. Der Feind hat A. Der Feind hat A. Ist mir doch scheißegal, Mann. Kommt jemand? Kommt jemand? Er will aufs Maul? Manchmal kommen ja welche. Aber meistens hat man Pech. Es kommt keiner. Ja, da waren zwar tausend Schüsse daneben. Aber scheißegal. Fuck, 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 fuck. Wir gehen mal hier lang. Oh, wow, da wollte ich gerade zum Schuss ansetzen. Aber zu spät. Too late. Oh, hier ist jemand. Oben haben wir, glaube ich, ne? Alter! Du bist mir direkt vor die Flinte gelaufen, Mädel. Das war das für ein perfekter Wurf gerade. Komm, zeigt sich wer, zeigt sich wer. Ich will's versuchen. Und ich hab'n geholt. Shit! Geiler Schuss, Mann. Oh, noch ein geiler Schuss. Die Waffe geht, Alter. Die Waffe geht, Mann. Tja, geht's gut. Muss nicht von Dauer sein, aber ist scheißegal. Komm, 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 komm. Treff ich jemanden? Nein, ich treff keinen. Seraph erledigt. Alter! Wollt ihr mich verarschen, Leute? Wollt ihr mich echt verarschen, Mann? Perfekter One hier bis jetzt. Wirklich perfekter One, ey. Das sollte ich gleich irgendwie, keine Ahnung, als Best-of von Panne 05 veröffentlichen, oder? Ist wahrscheinlich ein Fehler, jetzt so lang zu springen. Oder auch nicht! Oh, das war nicht cool. Ich hab' keine Munition, Leute. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das musste jetzt passieren. Aber wir haben die Hellstorm, Leute. Wir werden mal gleich mal zünden, das Teil, hier. Wo sind hier ein paar Leutchen? Da vorne. Ich hoffe, die sitzen, Alter. Oh, zwei. Nice. Richtig geil. Richtig geil, Alter. Nein! Du räudiger Vollfors, Alter. Dafür stirbst du. Dafür stirbst du, du Pisser. Na, Mann. Keine Chance hier, keine Chance, Alter. Ich töte euch alle, wenn's sein muss. Und wo kommt jemand? Entweder von hier. Oder von hier. Maul halten. Wir werden mal hier. Wir werden mal hier. Verbündete Hellstorm unterwegs. Nein! Verschwendet! Das gibt's doch nicht. Mega verschwendet, ey. Jetzt ist der Lauf so geil gewesen. Jetzt verschwende ich die Scheiße für so'n Piss hier. Kacke! Au! Wow! Glück gehabt. Saumäßig Glück. Volltreffer und nochmal Volltreffer. Alter, wir gehen hier ab, Leute. Wir gehen hier echt ab. Hätte ich nur meine Super quasi... Also, ich nenn's mal Super, weil ich bei Destiny auch Supers hab. Hätte ich die mal hier nicht verballert, Alter. Dann wär ich noch geiler unterwegs. Ja, komm. Zeig dich, wer... Müssen aufpassen, dass mich da unten keiner sieht, Alter. Weil da unten... Stehen sie auch saugern. Feinde haben unsere Drohne zerstört. Einer von uns. Das will keiner. Das will keiner. Dann gehen wir hier wieder lang. C wird noch nicht eingenommen. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, was ich hier mach. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich weiß es nicht. Ich hab Angst, Mann. Ich möchte doch nur gut sein. Ich möchte einfach nur gut sein. Oh, nein. Ah! Nein! Warum hat die nicht gesessen, Alter? Da saßen zwei Leute rum. Zwei. Zwei räudige Pispel und saßen da rum. Los, 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 Mann. Scheiße. Shit. Fuck. Aber rain. Völlig rain. Völlig rain. Wir sind ja immer noch geil unterwegs, möchte ich meinen. Oh. Oh. Jetzt muss ich bloß die zweite Runde auch noch geil durchhalten. Mann, dann sind wir hier echt cool, glaube ich. Sind wir echt cool unterwegs. Zockt auch mit auf VMP. Nice. Das Lustige ist, dass der Typ jetzt schon, was weiß ich, wie viel Schuss vorher eingesteckt hat und trotzdem überlebt hat. Wenn ich sowas mache, ja? Ein Schuss, direkt tot. Direkt tot. Instant down. Fünf Warnschüsse in den Kopf, ja? Da habe ich so verkackt. Aber manche Leute, die halten einfach Unmengen aus. Und die Schussweste, die man sich anlegen kann, das ist ja keine Schussweste, wie es der Name sagt, sondern es ist eine quasi Sprengschutzweste. Das ist ja quasi das Blöde. Oh, fuck. Maul halten, lass meinen Kumpel im Ruhr, Mann. Ist das alles im Griff, Kumpel? Ich hoffe, ich hoffe. Sonst nehmen wir hier ganz schnell Wurstsalat und da habe ich keinen Bock drauf. Oh, was ist da los? Keinen getroffen. Schlechtes Zeichen. Gehen wir hier lang. Scheiße, Mann. Komm, 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 lad nachher. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Komm, zeig dich. Ist da jemand? Ne, ist schon down. Bisschen Angst habe ich. Scheiße. Mit was für einer Waffe. Man, oh wow. Na ja, gut, die hat natürlich eine fette Durchschlagswaffe, glaube ich. Die prügelt ganz schön rein. Die prügelt... Feind ausgeschaltet. Zeig dich. Verbündete Hellstorm unterwegs. Komm. Ja, Mann. Das war dein Fehler, Alter. Das war dein Fehler, Mann. Sitz nicht, warum nicht? Zerstören wir was. Stecken sich auch saugern hier in der Ecke, ne? Verbündete Drohne nähert sich. Selbst getroffen bin ich ein Held. Verbündete Drohne nähert sich. Wir verlieren Alpha. Bin ich bescheuert, Mann. Ich bin echt so blöd teilweise. Ich bin so blöd. Ich vermassle mir die Stats schon wieder selber hier. Kommen, wir holen Punkte. Nice. Fette Punkte holen. Auch wenn wir schon wieder ordentlich verkackt haben. Und ordentlich Punkte verschenkt haben. Weil wir einfach unsere Super schon wieder falsch eingesetzt haben. Wir verlieren Alpha. Wie kann man die denn so scheiße Schmieder werfen hier? Ah, hier drin sind welche. Oder einer ist hier. Ist das alles im Griff, Kumpel? Nicht alles im Griff, auch egal. Alter, der hat gesnipert, der Typ. Gucken wir mal hier. Ist nix. Ja, Mann. Wichser. Oh, wow, wow, wow. Ey, Jungs, Alter. Immer mit der Ruhe hier. Ich krieg hier noch einen Halbherzinfarkt, wenn ihr mir hier entgegenkommt. Ohne Bescheid zu sagen. Ich komm mit, ich komm mit. Na, holst du dieses Ding hier? Ich komm mit. Ich hab'n. Komm schnell, komm schnell. Wir müssen das Teil einnehmen. Du guckst da, ich guck hier. Nice, 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 nice. Oh, Hellstorm. Sollen wir schnell machen hier. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da hinten. Oh, sau viele. Komm, komm, komm. Die treffen wir, Mann. Sollen wir gesichert. Nice. Richtig geil. Richtig geil, Mann. Oh, wo ist jemand? Haben wir, haben wir, haben wir. Da war doch gerade noch einer irgendwo. Hinten da ist noch einer, glaub ich. Vom Drohne hauen wir rein hier. Oder hinten sind sau viele. Schaffen wir nicht, glaub ich. Komm, 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 komm. Nein, Mann. Da hinten muss sich auch wieder jemanden verstecken, Alter. Aber wir haben geil aufgeholt, die, glaub ich. Wir sind hier richtig am Gewinn, Alter. Keine Chance, die Pisser. Drohnenprioritätsanforderungen erhalten. Unhaltbar. Fuck. Einer von meinen Leuten. Oh nein, wir haben, die Runde ist schon zu Ende, Mann. Fuck. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Ich muss echt saugeil gewesen sein. Ich muss saugeil gewesen sein. Wahrscheinlich eine der besten Runden im COD. Ich bin so froh, dass ich die aufgenommen hab. Ich bin so froh, dass ich die aufgenommen hab. Ich hoffe, dass alle, die gesagt haben, was ich scheiße bin, in dieser Folge jetzt gesehen haben. Ja, ich hoffe so sehr. 2.494 Spielbonus. Nice. Gucken wir mal, wie wir abgeschnitten haben, ja? Okay. Wir sind nicht mal auf dem Siegerpodest. Scheiße, warum nicht? Wir waren doch geil. Wir waren doch echt geil, oder nicht? Also gut, schauen wir mal. Wo stehen wir? 32.9, Alter. Guckt euch das mal an. Weißt du, wie geil das ist, Mann? 32.9 ist fett. Ist echt fett. Wir sind hier der Beste. Der Beste, ja. I am the best. Leute, ich bedanke mich richtig fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass viele, die geschrieben haben, ja, du bist schlecht und so weiter, jetzt hier einfach nochmal eingeschaltet haben. Es geht auch anders. Es hat einfach ein bisschen was mit Glück zu tun. Heute hatte ich vielleicht einfach einen super Tag. Es war auf jeden Fall geil, hat Bock gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, wie ihr mir helfen könnt. Einfach einen Daumen hoch da lassen. Das wäre richtig cool. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.